Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einem neuen Part, zu einer neuen Aufnahmesession von Mario Kart 8 Online. Das Ganze mit der Schilderinnen of Wi-Fi Community auf Facebook, die ich ja immer in meinen Mario Kart Parts verlinke. Und das ist ein geschlossener Raum, da können nur meine registrierten Freunde mitfahren, also die Leute aus Schilderinnen of Wi-Fi. Eine lustige Truppe, es wird riesen Spaß machen, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Erstmal, dass ich einen Raum erstellt habe und ich freue mich drauf. Wenn man sehen kann, habe ich einen schwarzen Steiger, ich habe ein bisschen DLCs gezogen, ich freue mich richtig cool. Auch Yoshi gibt es in verschiedenen Farben, auch schwarz und weiß. Juhu, möge es losgehen! Wow! Wie man sehen kann, habe ich dank dem Update endlich die Karte im Bild eingerendet, voll geil! Ich freue mich, ich bin glücklich wie so ein Schnitzel. Richtig cool. Hui! Ah, ich freue mich drauf, endlich mal wieder vernünftig zocken. Wow! Huh, Hilfe! Wow! Juhu, ein Item! Es tut mir leid, es musste sein. Juhu! Rosalina ist ziemlich weit vorne. Wer spielt Rosalina? Der Max spielt Rosalina! Wuiu! Ich bin mal gespannt, ob noch ein paar Leute dazu joinen. Teilnahme war ja, glaube ich, also 11 Wochen, glaube ich, fest mitspielen. Ich weiß... Nja! Ich weiß es nicht mehr so genau. Huch! Ähm, es könnte auch sein, falls einer von meinen anderen Zuschauern... Ich habe ja auch so ein paar Leutchen, die mich abonniert haben und so weiter, die auch gerne mal mitfahren. Was weiß ich hier, Jan und so weiter. Äh, vielleicht jointer von denen heimlich einer dazu. Ist ja eine geschlossene... Ein Raum für die Freunde. Wäre gut möglich, dass von denen vielleicht auch einer mitfährt. Man weiß es nicht. Wollen wir erst mal Rosalina vom Thron stoßen? Da war ein Feuerball. So, ein Feuerball! Juhu! Juhu! Hey! Wo kommst du noch aber so her? Der Salo! Ein Rotar! Hilfe! Hilfe! Meine Güte! Juhu! Juhu! Nein! Verdammt! Uh! Uh, wo ist er? Hä? Ja! Alles ein bisschen verzögert, aber egal. Ich habe mir schon gedacht, dass er doch vor mir ist. Das war jetzt ein bisschen... Hui! Ein weiterer Scheiger in blau. Hm, sehr schön. Ein guter Auftakt für diese Aufnahmesession. Ich freue mich. Das ist das erste Mal, dass ich einen Raum erstellt habe. Habe ich das schon erwähnt? Hm. So, ich darf nur frei aussuchen, wo ich fahren möchte. Hehehehe. Ja, wo möchte ich denn fahren? Nein. Äh, hier. Wolkenstraße möchte ich gerne. Ich könnte natürlich jetzt auch den Spielschild anmachen, aber ich finde den Spielschild nicht so berauschend. Finde ich ja schon beim 3DS ziemlich... Naja. Und es reicht schon, dass man mal gequatscht in meiner Aufnahme wird. Da muss ich nicht noch die anderen live hier volltexten, während wir warten. Tut sich ja keine Hand, freiwillig. Juhu! Zweites Rennen! Juhu! Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen man überhaupt fährt, sondern im Raum. Ich bin da... etwas jungfräulich, was das Wissen angeht, sag ich mal, einfach so. Juhu! Wow, ich bin nicht in meine eigene Banane gefahren! Yay! Ich freue mich! Kommt ja selten vor! Nein! Genauso selten, wie ich hier mal jemanden mit einem Boomerang treffe. Ich bin begeistert! Wahnsinn! Ja, stupst mich! Juhu! Juhu! Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals einen blauen selber schmeiße und ich abkriege. Das ist sehr schön. Ah, die guten alten Statuen. Ey, mein Roter ist weg! Schwannerei! Hallo! Eine Tröte! Yeah! Ich hab mich erschrocken, da musste ich einfach reagieren. Es tut mir leid. Das ist nicht böse gemeint. Uh! Angry Bowser! Ich liebe es, mit Scheigal zu fahren. Einmal kurz nach hinten lunsen. Das Münz-Alte. Juhu! Ich ahne, Schreckliches. Doch nicht für mich der Rote. Ist er jetzt ernsthaft runtergefallen? Oder ist es wieder... Uh! So ein verzögerter... Übertragungs-Lag. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, er ist wirklich runtergefallen. Das ist meine Chance! Hab ich schon mal erwähnt, dass ich die Musik richtig geil finde. Mal gucken, ob ich aufs Gamepad ausgewohlen habe. Ich kann auch auf meinem riesen Fernseher schauen, wo die anderen sind. Ich freue mich! Scheigal freut sich auch! Wow! Ich bin schweißig, ich bin klein. Wollte meine Freunde sein! Yay! Sehr schön! Fahren wir jetzt eigentlich viele Strecken, dann wird ein Pokal verteilt und dann geht's weiter. Wie läuft das überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Ich frage mich auch, warum ich mein Mikro das frage. Das wird mir, glaube ich, kaum antworten. Ich möchte gerne hier fahren. Ja! Noch mehr Läutchen! Hallo! Einfach mal begrüßen! Ähm, nimm, 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 nimm. Das war ein Spaß! Hm, Yoshis Valley! Ich möchte gerne über den Wolken fahren. Verdammt! Oh, eine schöne Strecke! Ich gefreu' mir! Nimm, 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 nimm! Komm schon, Lakitu! Ich wollte gerade sagen, sei ein guter Umfang anzuzählen. Wow! Zwei Rosalinas! Und kein Item für mich! Yay! Oh, Hilfe! Da wollte ich mal nen Attentat auf mich verüben. Das find ich nicht nett. Sehr schön! Yay! Ach, was soll's! Einfach schmeißen! Huch! Ah, diese Statuen! Uah! Ich stammel schon von den Ray... von den Rayman Rabbits ab. Toll, eine Münze. Juhu! Super geflogen, Banane! Ich bin stolz auf dich! Scheiße! Wer war das? Hey, wow! Was geht? Nee! Ich hänge ein bisschen. Das kommt, wenn man ein bisschen zurückgeblieben haben ist... irgendwie so soll... sein. Nein. Nein. Hilfe. Wie kannst du es wagen? Böser Max. Ganz böser Max. Diese Statuen. Wollen wir schnell hier weg? Bevor der nächste kommt. Ich habe auch kaum Münzen. Ich bin ziemlich ruhig, weil ich mich gerade echt konzentrieren muss. Oh. Da habe ich mal einen Abflug gemacht. Meine Chance. Wo kam ein Mimchen denn auf einmal her? Verdammt. Huh. Ein Panzer weg. Habe ich da jemanden erwischt? Cool. Nicht gut für den anderen, aber ich freue mich. Huh. Oh, Banana. Ich sehe nichts. Der Bowser-Gleiter. Juhu. Zweiter. Immerhin. Sehr schön. Drei haben wir 23 Punkte. Sehr schön. Schwarzbild. Okay. Ich möchte immer noch gerne über den Wolken. Und wie Freiheit grenzenlos ist. Hallo. Ja. Zweimal über den Wolken. Ich freue mich. Schönes Spiel. Gleiches Spiel. Yoshi is ready. Sehr schön. Und fast die wolkige Piste. Schade. Sollte nicht sein. Sollte nicht sein. Aber es lässt sich noch ändern. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Letztes Rennen. Jetzt schon. Das ist aber ein bisschen früh. Schwannerei. Wie immer werde ich meinen üblichen Weg fahren. Schade. Ich dachte, er fährt ein bisschen weiter rüber. Oh, Böser Bob-Omp. Die sind echt früher besser geflogen bei Mario Kart 7. Finde ich schade. Ich möchte das Item gerne eher anhalten. Was? Warum ist er sofort... Manchmal verstehe ich das nicht. Dam, 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 dam. Wollen wir gerade gucken, wo der Flitzer ist. Ach, da hinten. Pflügt erst mal den Acker um. Hilfe. Ich sehe nichts. Kleine Flitzer, du. Haut einfach den Max um. Mieser Schuftu. Das ist für dich. Yay. Münzen. Geldgeil. Geldgeil. Mann, blödes Ei. Mann. Hilfe. Toll. Verdammt, Hilfe. Ist auch alles schön fair hier irgendwie so von den Herausforderern. Es macht richtig Spaß. Also, ich komme gar nicht richtig zum Quatschen, weil es einfach Laune macht. Und weil ich mich konzentrieren muss. Ey. Alter, Pilze ohne Ende. Dum, 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 dum. Was? So, dann machen wir mal Trick 17. Yay. Woo. Woo. Verdammt. Einfach mal kurz abkürzen. Warum fährst du? Scheibe, wo fährst du her? 29. Ich liebe Yoshi's Valley. Da ist es immer so rein willkürlich, wo man wie und so, ne, halt, weißt du schon Bescheid. Silber, sehr schön. Sieht schöner aus als Gold. Und jetzt? Okay. Man fällt also immer so Grand Prix-mäßig vier Strecken und dann wird ein Pokal verteilt. Sehr interessant. Starten. Yo. Rennen starten, genau so. Hier bin ich. Ohne Teams, alle Items, ohne Computer, alle Fahrzeuge, bla bla blups. Und ich möchte immer noch hier fahren, die Wolkenstraße. Yay. Und ich glaube, ich werde gleich einfach mal, wenn wir diesen, in Anführungsstrichen, Grand Prix hinter uns haben, werde ich einfach mal so ganz klammheim mich auf furiose Items stellen. Yes. Ich freue mich. Einfach, weil ich es kann, weil ich, weil ich die Macht habe. Ich halte die Macht in meinen Händen, in Form eines Gamepads. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich rumalbern muss, Mann. Wow. Eine Tröte. Yay. Es musste sein, die Tröte ist einfach zu geil. Es tut mir leid. Ich weiß, ich bin Arsch. Boom. Macht das Schiff. Huch. Alles wieder ein bisschen verzögert und laggy. Wow. Schnell über den Boost. Das haben wir. Das kriegen wir. Meine Güte. Wollte mich das Ding jetzt verarschen? Oder warum hat das so ewig gekurvt? Manchmal verstehe ich dieses Roulette nicht. Aber egal. Münzen. Oh, dieses Roulette, ne? Ich leck mich doch am Würzel. An der Maske. Keine Ahnung. Mann. Das ist gemein. Lass mich doch nicht veräppeln. Wow. Ach, auf einmal reagiert das Ding sofort. Aber egal. Ich möchte nicht beklagen. Wow. 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 Ah, jetzt geht es wieder los. Die große Pilz-Schnitzelei hier. Krieg ich auch was anderes. Yay. Nein. Das ist nicht gut. Das war anders geplant. Ach, komm. Setz mich doch ab. Oh, dieser Penner. Lucky, du bist so unnötig. Ich bin am Boden zerstört. Toll. Ein Pilz. Ach. Schweinerei. Verdammt. Aber egal. Man kann nicht alles haben. Man muss auch mal einstecken. Das ist die Rache für die Tröte, ne? Naja, ich weiß schon Bescheid. Das war's.